Herzlich willkommen, mein Name ist Pat Hock und der Patient des heutigen Tages ist der Ben Bracken Speyside 27 Jahre. Ich war neulich mal wieder im Onlineshop von Lidl unterwegs und habe geschaut, was gibt es Neues. Und es gab tatsächlich was Neues, und zwar den Ben Bracken Speyside 27 Jahre. Und wenn ich Ben Bracken Speyside höre, da gerate ich zwangsläufig so ein bisschen ins Strahlen, denn ich habe letztes Jahr innerhalb meiner Videos den Ben Bracken 25 Jahre Speyside probiert und der hat sowohl zum Halbjahr als auch zum Jahresende in meine Top 10 geschafft. Und das ist definitiv eine Leistung, denn wenn man berücksichtigt, wie viele verschiedene Whiskys ich über das Jahr verteilt verkoste und infolgedessen wie viele Videos ich drehe, dann kommt ein Whisky vom Lidl und schafft es wirklich sowohl zum Halbjahr als auch zum Jahresende in die Top 10. Das ist eine Leistung. Der war aber auch super. Da sei mal dahingestellt, dass der vom Lidl kommt, da sei mal dahingestellt, dass man nicht weiß, aus welcher Brennerei er stammt. Er hat ein sehr solides Alter mit 25 Jahren. Er ist preislich unschlagbar. Es gibt ihn auch noch und er hat echt gut geschmeckt. Also er war zu Recht in den Top 10. Und als ich dann gesehen habe, es gibt einen Nachfolger, einen Ben Bracken Speyside 27 Jahre, habe ich natürlich nicht lange gefackelt und habe mir gedacht, den musst du jetzt auch probieren. Ben Bracken. Das ist nicht der Name der Brennerei, das ist der Markenname, den Lidl, der Lebensmittel-Discounter, seinen Single Malt Whiskys gibt. Denn es sind Single Malt Whiskys aus einer einzigen Brennerei, aus hochwertigen Gerstenmalz hergestellt, auf hochwertigen Potstills destilliert. Und in dem Fall kommt der Kollege aus einer einzigen Brennerei, die in der schottischen Speyside liegt. Die Speyside ist eine kleine Region innerhalb der Highlands, von der Fläche gar nicht so groß wie beispielsweise die Highlands an sich. Aber beheimatet die meisten Whisky-Brennereien in Schottland. Und aus einer dieser unzähligen Destillerien stammt eben dieser Single Malt Whisky. 27 Jahre lag er in Eichenholzfässern, 40 Volumenprozente. Leider ist der Whisky gefärbt und auch kühl gefiltert, aber preislich mit seinem Alter unschlagbar. Also 89 Euro ist der reguläre Preis von dem Whisky, aber komischerweise, der kam jetzt vor kurzem erst raus, direkt schon im Angebot, 79 Euro. Und da kann man echt nicht motzen. Also wäre es eine Brennerei-Abfüllung an sich, wo draufstehen würde, wo er her ist und eben die 27 Jahre alt, ich glaube, dann müsstest du mindestens 300 Euro mittlerweile auf den Tisch packen. Also 250 mindestens. Von daher kannst du hier bei 79 beziehungsweise 89 Euro definitiv nicht motzen. Und ich bin sehr gespannt, wie er schmeckt. Denn Whisky, und das erwähne ich an der Stelle auch explizit, gibt es nur im Online-Shop. Denn der ein oder andere Kommentar unter meinem Video zum 25-jährigen Pendant war, ja, ich bin jetzt extra in die Filiale gefahren, die haben gesagt, den haben sie nicht. Stimmt. Also Whiskys und der Eigenmarke, es gibt ja verschiedene, Glen Alba, Erbrachen und so weiter. Wenn die hohe Altersangaben tragen, dann kriegst du sie tatsächlich nur online. In den Filialen findest du eigentlich nur die jüngeren mit 12 Jahren oder die No-Age-Statements. Also ältere Abfüllungen, den hier eingeschlossen, kriegst du tatsächlich nur bei Lidl online. So. Ich freue mich. Ja, der 25-Jährige war schon in der Macht. Ich habe mich da auch eingedeckt damit, weil Whisky hat die negative Eigenschaft, wenn der mal so ein Alter hat, dass er immer teurer wird. Ist, glaube ich, nie verkehrt, so etwas zu Hause stehen zu haben. Und in dem Fall habe ich mich da ein bisschen eingedeckt. Und wenn der schmeckt, dann werde ich das auch tun. So, 27 Jahre alt. Meine Güte. Das ist... Also ich lese so oft irgendwo in Tasting Notes Fruchtbombe. Und dann bin ich ganz heiß wie ein Schnitzel drauf, bestelle mir die Flasche, probiere den daheim und denke mir, ja, da ist schon so ein bisschen Frucht. Aber da von Fruchtbombe zu sprechen... Aber wenn du hier von einer Fruchtbombe sprichst, das ist es, das ist krass. Aber richtig tropisch fruchtig, so exotisch fruchtig, das musst du erst mal zerlegen. Da ist Mango dabei, da ist Physalis dabei, da ist auch ein bisschen Säure dabei, vielleicht Lidcheese und Papaya. Das ist krass. Das ist krass. Ich finde auch, der riecht ganz anders als der 25-Jährige. Ganz anders. Und ich finde auch, der riecht anders als der SpaceSite 18 und der SpaceSite 21. Die habe ich alle probiert, zwar nicht im Video, aber privat. Und ich finde, der riecht wieder ganz anders. Unfassbar fruchtig. Der hat auch so ein bisschen was Ätherisches drin, so eine leicht kühlende Note, was Minziges. Das hatte zwar der 25-Jährige auch, aber hier ist es anders. Das ist eher so... Ich weiß nicht, ich muss irgendwie an so ein Muskelgel denken, das nach Frucht riecht, aber auch diese ätherischen Öle mit drin hat. Keine Ahnung, ich hätte jetzt nicht eine Muskelverspannung oder so, da ich mich einreiben müsste, aber es riecht so. Unfassbar krass fruchtig und kühlend durch diese ätherischen Noten. Das ist interessant. Ich überlege halt, aus welcher Brennerei könnte er kommen, aber ich habe keine Ahnung. Weiß ich nicht. Schwierig. Der steht schon 20 Minuten. 27 Minuten. Ich finde die Eiche halt auch so schonend und angenehm und elegant. Das ist nicht viel, aber du riechst, er hat Tiefe, es ist kein junger Whisky. Es ist alles sehr smooth, sehr elegant, sehr rund, wahrscheinlich auch den 40 Volumenprozenten geschuldet. Du kannst bei dem Whisky hier sagen, Prädikat Frucht und zwar heftig, exotisch und tropisch. Getragen von einer gewissen Süße, so ein bisschen Vanille, aber auch ein bisschen Kokosnuss und diese ätherischen Öle mit einem Tacken Eiche. Der riecht schon verdammt ziffig. Ich glaube, er wird es auch geschmacklich sein. Slange. Mann, das war ein großer Schluck. Auf der Zunge, ein bisschen anders als in der Nase. Ich finde ihn auf der Zunge deutlich ausgewogen. Du hast hier einen Mix aus trockenem Eichenholz, Süßem. Die Süße ist tatsächlich sehr frisch, geht so in die Richtung Traubenzucker und Gewürz. Hat ein bisschen was von Nelke und Muskatnuss, aber die Eiche wird deutlich präsenter Richtung Abgang und wird dann auch ein bisschen trocken. Die Frucht ist auf der Zunge eher zurückhaltend. In der Nase ist es sehr, sehr deutlich und dominant. Auf der Zunge spielt sie eigentlich eher die zweite Geige. Da ist dieser Mix aus Süße in Form von Traubenzucker und Gewürz und Eiche, dieses Dreigestehen eigentlich eher, deutlich prägnanter. Also ich finde schon, dass er ein bisschen anders riecht, als dass er schmeckt. Er ist aber auf der Zunge deutlich komplexer als in der Nase. Weil in der Nase dominiert einfach diese Frucht. Die ist komplex. Also da musst du erst mal die einzelnen Früchte zerlegen können. Ich meine, ich habe hier schon so viele Whiskys probiert. Ich kann das. Das könnte es jetzt einem Einsteiger ein bisschen schwierig machen, da jetzt allgemein Frucht rauszuriechen. Welche das jetzt ist, habe ja schon so ein paar aufgezählt. Aber wenn man da als Einsteiger reinriecht, auch da stellt man fest, mein Gott, ist der fruchtig. Dann ist es halt einfach tropische Frucht. Aber jetzt der deutliche, also je länger ich daran rieche, desto deutlicher wird auch hier diese zuckrige Süße. Also ich finde schon, für 27 Jahre riecht der relativ frisch. Es steht nicht drauf, in was für Fässern gereift wurde. Einfach nur Aged in Oak, also die allgemeine Aussage. Ich würde schon sagen, es ist eine reine Bäumenfassreifung. Weil du hast hier einfach ähnlichen, langgereiften Brennereicharakter. Das Fass schnappt sich einfach die Frucht und macht die krass tropisch. Und getragen halt eben von einer gewissen süßen, traubenzuckrigen Gewürz trockener Eiche. Die riechst du jetzt auch deutlicher beim zweiten Mal. Also es ist schon krass, auf der Zunge legt er im ersten Antritt verdammt süß los. So ein Mix aus so ein bisschen Karamell, so Fatsch, aber hauptsächlich so zitroniger Traubenzucker. Und dann kommt die Eiche dazu. Oben am Zahnfleisch wird es trockener, es wird nussiger, es hat so Anklänge von Walnuss. Auch so leicht Vollmilchschokoladig. Dann kommt das Gewürz, das auch da sein sollte über die lange Reifung im Fass. Das hat so ein bisschen was von Nelke, Muskatnuss. Und Richtung Abgang blitzt dann nochmal kurzzeitig diese exotische Frucht auf. Eiche übernimmt, ohne dass es so aufdringlich ist, es wird insgesamt trockener und es klingt alles sehr, sehr smooth aus. Ich meine, er hat nur 40 Volumenprozente. Das ist das Minimum, mit dem so ein Whisky in die Flasche muss. Natürlich wünscht man sich da immer ein paar Volumenprozente mehr. Ich finde aber dadurch, dass er eine sehr, sehr markante Würzigkeit im Geschmack hat, stören die 40 Volumenprozente nicht unbedingt. Klar wäre ein bisschen Alkohol besser, aber es ist jetzt nicht so, dass der wässrig ist. Also der hat schon Körper geschuldet der Würzigkeit, weil die treibt den schon auf der Zunge so ein Stück weit voran, als passt. Der ist süffig. Ne, schönes Teil. 27 Jahre alt, der Space Side Single Malt Whisky. Drauf gepfiffen, wo er her ist. Er riecht gut, er schmeckt gut. Ich finde, ganz anders als der 25-Jährige, ganz anders als der 18- und der 21-Jährige. Allgemein, wenn man mich fragen würde, würde ich schon sagen, dass der 25-Jährige und der 18-Jährige aus ein und derselben Brennerei in der Space Side stammen. Ich finde, der 21-Jährige, weil er anders ist als die beiden, kommt wieder aus einer anderen Brennerei. Und ich finde, der 27-Jährige, der kommt wieder aus einer anderen Brennerei. Kann mich aber auch täuschen, aber ich empfinde das über die Verkostung so. Der ist halt sehr, sehr fruchtig in der Nase. Tropisch, fruchtig, exotisch. Auf der Zunge deutlich komplexer als in der Nase. Extrem ausgewogen, süffig und macht Spaß. 27 Jahre alt und das für einen schmalen Taler. Ja, ich kann ihn empfehlen. Wenn ihr ihn probiert habt, schreibt es gerne mal unten in die Kommentare rein. Würde mich interessieren. Das soll es gewesen sein. Ich bedanke mich fürs Zuschauen. Würde mich freuen, wenn ihr meinen Kanal abonniert. Haut rein. Und bei uns geht's. 4-Ja,ari-kur- falar. 5-Ja,ari-kur. 4-Ja,ari-kur. 5-Jährige, squares. 5-Ja,ari-kur. 6- Черhesde� absolutely вörter. Hoe aufbettetwerken? 5-Ja,ari-kur. 4-Ja,ari-kur. 5-T-L. 6-Jährige, inflom.